Markus ist mein Freund. Das sagte ich jedem, der mich fragte, ob ich ihn kenne. Kennst du Markus? Ich vernahm immer einen leichten Unterton, wenn man mir diese Frage stellte. Fragend, selbstverständlich, aber anders als lediglich an der bloßen Tatsache interessiert, ob ich ihn nun kannte oder nicht. Vielleicht ein ungläubiger Unterton. Ein Unterton, der mir unbewusst mitteilte, dass mein Gegenüber überrascht war, dass ich ihn kannte. Wie sehr überrascht kann ich ihn aber nicht sagen. Ich bin nicht sehr gut darin, solche Dinge einschätzen zu können. Womöglich war da auch gar keine Überraschung in den Stimmen der Menschen, die mich nach Markus fragten, und ich glaube sie nur zu hören. Jetzt, wo ich diese Gedanken aufschreibe. Markus ist mein Freund, sagte ich dann. Die anderen schauten mich einen Augenblick an. Vielleicht so, als wüssten sie nicht so recht, ob sie mir das glauben sollten. Vielleicht so, als wären sie verblüfft. Und wieder wüsste ich nicht zu sagen, weswegen. War es so ungewöhnlich, dass ich ihn kannte? War es so ungewöhnlich, dass ich sein Freund war? Diese Reaktion hört nie auf, egal wie viele Menschen ich traf, die außer mir Markus gekannt hatten. Selbst bei jenen, die bereits wussten, wie ich antworten würde. Ich traf Markus recht oft. Nicht so häufig, wie man seine Familie sieht, seine Frau, die Kinder, die Arbeitskollegen, die Vereinskameraden und die Frauen an der Kasse im Supermarkt. Aber Markus war auch ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie seine eigentliche Berufsbezeichnung war, aber ich erinnere mich, dass er viel unterwegs gewesen sein muss. Dafür waren unsere Gespräche immer sehr angenehm und freundschaftlich. Ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass wir uns sehr tiefgehend unterhielten. Für gewöhnlich traf ich ihn auf der Straße nahe der Apotheke. Ich hatte vielleicht gerade Medikamente für die Kinder eingekauft und als ich das Gebäude verließ, da lief er mir entgegen. Hallo Markus, grüßte ich ihn dann und winkte. Wie geht's dir denn, alter Freund? Er sah mich lächelnd an, schüttelte lachend den Kopf, als könne er es kaum glauben, mich gerade hier anzutreffen, trat näher heran und gab mir die Hand, ehe er antwortete. Gut, danke. Und dir? Ich erzählte ihm dann immer, wie es in der Familie lief, dass die Kleinen schon ihre Zähne bekommen hatten, wie meine Frau versuchte, die Pfunde von der Schwangerschaft wieder abzutrainieren, die Sorgen, die ich mir um meine Mutter machte, da sie in ihrem hohen Alter immer mehr kleinere gesundheitliche Probleme plagten und alles, was es sonst an aktuellen Geschehnissen zu berichten gab. Fein, meinte er dann. Oder tut mir leid, wenn es schlechte Nachrichten waren. Was macht die Arbeit, wollte ich dann von ihm wissen. Alles bestens, meinte er darauf. Und bei dir? Ich hatte in meiner Jugend und auch im späteren Verlauf meines Lebens viele unterschiedliche Arbeiten ausgeführt. Mal war ich dafür ausgebildet worden, mal nicht. Die Lage auf dem Markt hatte niemals gut für Menschen wie mich ausgesehen und so verdiente ich mir dort mein Brot, wo es mir möglich war und solange ich konnte. Aufgrund dieser vielen Wechsel hatte ich aber immer viel zu erzählen. Manchmal lagen zwei Arbeitsstellen zwischen unseren Begegnungen und so klärte ich ihn über alle Neuigkeiten auf und er hörte interessiert zu. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, trat ich meinen Rückweg ins Trauter Heim an und sah nur noch, wie Markus in der Apotheke verschwand. Bis zu unserem nächsten Wiedersehen. An ähnlicher Stelle. Vor zwei Jahren, im Winter, kurz vor Weihnachten, traf ich Markus erneut an der Ampel vor der Apotheke. Ich hatte etwas Erkältungssaft für meine Frau geholt und war auf dem Rückweg, als ich ihn auf der anderen Seite der Kreuzung sah und winkte. Fast hätte ich ihn nicht erkannt, er war ganz in schwarz gekleidet, dick angezogen, trug eine dunkle Wollmütze, die seinen Kopf so bedeckte, dass man keine Haare mehr darauf entdecken konnte. Offensichtlich hatte er sie sich ganz kurz schneiden lassen und blickte in gebeugter Haltung auf den schneeweißen Boden. Als er meine Stimme hörte, sah er auf und winkte zurück. Als die Ampel auf grün schaltete, blieb ich auf meiner Seite stehen und wartete, bis er hinübergekommen war, ehe ich ihm die Hand gab und er mir die Seine im Fäustling. Hallo Markus, sagte ich, wie geht's dir denn, mein alter Freund? Gut, danke, antwortete er, hob die Hand vor sein Gesicht und hustete kräftig. Und dir? Ich erzählte Markus vom anstehenden Weihnachtsfest, mein erstes im Kreise der ganzen konservativen katholischen Familie und der ganze Stress, der damit verbunden war. Aber wie sehr sich die Kinder darauf freuten, dass meine Frau leider gerade schwer erkältet sei, so wie er offenbar, und wir alle hofften, der Erkältungssaft, den ich eben aus der Apotheke geholt hatte, würde ihr helfen. Markus hustete erneut. Den solltest du vielleicht auch mal probieren, meinte ich. Markus lächelte und winkte ab. Wollen wir uns an den Feiertagen mal treffen? Fragte ich ihn. Er sah mich einen Moment verblüfft an. Wenn ich heute darüber nachdenke, war es der gleiche Gesichtsausdruck, den ich auch in der Mimik der anderen Menschen hatte lesen können, wenn ich ihn von meiner Freundschaft mit Markus erzählt hatte. Dann schien er kurz nachzudenken, ehe er antwortete. Hättest du mich das mal früher gefragt? Er schüttelte den Kopf. Ich bin nach Heiligabend schon weg. Schade, meinte ich. Dann verabschiedeten wir uns und gingen unserer Wege. Es war das letzte Mal, dass ich ihn lebend sah. Ich hatte keine Einladung zu seinem Begräbnis erhalten. Stattdessen hatte ich von seinem Tod in der Zeitung gelesen und den Termin seiner Beerdigung in den Anzeigen gesehen. Ich erzählte meiner Frau davon, die zunächst sehr betroffen war, dass ich einen Freund verloren hatte, aber deren Miene sich verdüsterte, als sie auf die Zeitung blickte. Er hat Glück, dass er auf dem Gemeindefriedhof zu Grabe getragen wird. Auf unserem Gottesacker hätte er keine Ruhe gefunden. Als der Tag kam, lief ich zum Friedhof. Ich war irritiert. An Markus' Grab standen keine Menschen. Weder Mutter noch Vater, weder Bruder noch Schwester, keine Freunde, keine Familie. Ich trat an das Loch heran und starrte auf den Sarg, der in der Vorrichtung hing, die ihn sogleich herablassen würde. Erst einen Augenblick später hörte ich Schritte auf dem Kies hinter mir und drehte mich um. »Sind Sie auch wegen Markus' Beerdigung hier?« fragte mich der Mann, der herantrat. Ich zögerte kurz und beäugte die Person. »Er«, meinte ich dann, »Markus ist, er war mein Freund.« Ich sah ihn an, der gleiche Gesichtszug wie bei allen anderen zuvor. »Er war auch der meine«, lächelte er mich dann an. Nachdem es vorüber war, lud mich der Fremde in ein leerstehendes Café ein und begann von Markus zu erzählen. Von vielen Dingen. Wie Markus war, was er im Leben gemacht, wofür er sich interessiert, wen er geliebt hatte und vieles anderes, an das ich mich nicht mehr genau erinnern kann. Ich weiß nur noch eins ganz genau, weil ich es nie mehr vergessen werde. Ich fing plötzlich an, bitterlich zu weinen. Und ich konnte nicht mehr aufhören.